Aktienmärkte steigen immer nur manchmal, fallen sie. Heute ist manchmal und das liegt daran, dass die Märkte im Grunde auf dem falschen Fuß erwischt werden, denn sie hatten ja so ein Goldilocks Szenario eingepreist. Also Wirtschaft, gar keine Landung oder weiche Landung. Erstens, zweitens, die Fed senkt trotzdem wundersamerweise die Zinsen und drittens geht die Inflation zurück. Okay, das kann durchaus ja passieren, aber die Inflation geht vielleicht aus den falschen Gründen zurück. Jedenfalls hat mich diese Haltung der Aktienmärkte so ein bisschen erinnert an ein Kind, das sich die Hände vor das Gesicht hält und glaubt, man könnte es dann nicht sehen. Jetzt haben wir vier Konjunkturdaten aus den USA hintereinander, die alle deutlich schlechter waren als erwartet und jetzt rückt dieses Rezessionsthema immer mehr in den Vordergrund und er setzt die bisherige Fixierung auf die Frage, naja, was macht die Fed mit den Zinsen? Wir wollen uns den Zusammenhang mal anschauen. Heute, EDP-Arbeitsmarktbericht, deutlich schwächer als erwartet, 145.000, eigentlich eine Zahl von über 200.000 erwartet. Wir sehen auch, dass der Lohndruck ein bisschen abnimmt. Diejenigen, die im Job bleiben, nur ein Anstieg zum Vorjahresmonat um 6,9%. Die, die ihren Job wechseln, Anstieg von 14,2%. Aber das ist in etwa der tiefste Stand, was jetzt die Zuwachsrate betrifft, seit einem Jahr. Und dann hatten wir den ISM-Index für Dienstleistungen, 51,2, also noch knapp im positiven Bereich. Alles über 50 ist Wachstum, aber erwartet war 54,4. Das war schon eine ziemlich saftige Abweichung. Price is paid bei 59,5. Alle Preise oder alles, was über 50 ist bei Preisen wie auch bei den anderen Kategorien, heißt Wachstum. Das heißt, die Preise steigen weiter, aber halt nicht mehr so schnell wie etwa noch im Vormonat, als wir bei 65,6 gewesen sind. So, wo muss es heißen? Ansonsten die anderen Komponenten sehen Sie. Also das war schon eine heftige Abweichung. Davor hatten wir den ISM-Index-Gewerbe gesehen. Deutlich, deutlich schwächer. Und dann eben gestern die Jolls, die offenen Stellen in den USA auch mit einer riesigen Abweichung von der Prognose plus Senkung des Vormonats. Und jetzt trifft das alles auf, naja, doch schon ziemlich bullische Stimmung an den Märkten. Etwa Investor Intelligence, das ist die Stimmung bei den Börsenbriefen in den USA. 48,6 Prozent Bullen, 25 Prozent, die bärisch sind. Und man folgt letztendlich der Preisentwicklung. Aber das, was vielleicht eines der Kernpunkte ist, wir haben ja an den Anleihenmärkten eine massive Volatilität gesehen. Die wird gemessen am Move-Index. Und bei den Aktienmärkten sehr wenig Volatilität gemessen am WIX zumindest. Also die Volat der Aktienmärkte. Und wir sehen jetzt hier, dass die Aktienvolatilität in Relation zur Anleihevolatilität unter den 7 Prozent der historischen Vorfälle bisher sind. Das heißt, offenkundig ist an den Anleihenmärkten eine ganz andere Nervosität als an den Aktienmärkten. Und an den Anleihenmärkten wird mehr Geld bewegt als an den Aktienmärkten. Bei den Anleihenmärkten haben wir es mit Profis zu tun, die vor allem eins im Blick haben, nämlich Risiken. Bei den Aktienmärkten haben wir natürlich diejenigen, die vor allem die Chancen sehen. Das ist natürlich ein gewisser Unterschied von der Herangehensweise. Aber wenn ich als Investor eine Anleihe kaufe, dann muss ich mich fragen, wie ist das Ausfallrisiko? Ausfallrisiko, weil ich kriege ja eine Rendite, die ist meistens fixiert. Also wie stark ist mein Risiko bei den Aktienmärkten? Ist natürlich der Himmel offen nach oben. Aber jedenfalls sehen wir an den Anleihenmärkten dann wieder eine sehr scharfe Reaktion. Wir sehen etwa jetzt die zweijährige Anleiherendite fällt 13 Basispunkte unter 3,7 Prozent. Tiefster Stand seit September 2022, eben weil jetzt vier Konjunkturdaten hintereinander praktisch so massiv enttäuscht haben. Dann gucken wir uns mal die Zinskurve zwischen der zweijährigen und der dreimonatigen an. Die ist nur einmal in den letzten 40 Jahren invertierter gewesen als aktuell. Das war 2001, als die Fed überraschend damals die Zinsen um einen halben Prozentpunkte gesenkt hatte. Also wir sehen, da ist eine ganz andere Show vorhanden an den Anleihenmärkten. Das sehen wir dann auch bei der Zinskurve, die für Fed-Chef Jerome Powell erklärtermaßen, mehrfach erklärtermaßen. Die entscheidende ist nämlich die Differenz zwischen der Erwartung, wo die Rendite für die dreimonatige Anleihe in 18 Monaten sein wird und der aktuellen Rendite für die dreimonatige US-Anleihe klingt ein bisschen schräg, aber bringt so ein bisschen die Rezessionssorgen eben sehr genau auf den Punkt. Und jetzt sehen wir, dass sogar mehr als vier Zinssenkungen für das Jahr 2023 bereits eingepreiste werden. Erste Analysehäuser sagen, also wir kaufen jetzt Anleihen. Man geht also davon aus, dass die Anleihekurse weiter steigen und die Renditen weiter fallen, eben weil diese ganze Rezessionsgeschichte kommt, weil wir aufgrund der Bankenkrise eben eine Verschärfung der Kreditbedingungen haben, dass wir den Konsumenten treffen und so weiter und so fort. Und wir sehen, wie ich vorhin sagte, jetzt die Renditen, vor allem auch der 10-jährigen US-Staatsanleihe unter Druck, fällt auf 3,26 Prozent und hier sagte Jim Bianco, naja, fallende Anleiherenditen sind per se nicht bullisch oder bärisch für die Aktienmärkte, sondern es kommt darauf an, warum sie fallen. Und aktuell fallen sie, wie Mike Wilson gesagt hat, aus den falschen Gründen, nämlich weil die Wirtschaft offenkundig sehr, sehr stark abkühlt. Das genau ist das Thema und jetzt ist die Frage, naja, wie geht die ganze Geschichte weiter? Also, schauen wir uns doch mal historisch an, was passiert ist, nachdem die FED aufgehört hat, die Zinsen anzuheben. Da ist es dann fast immer nach oben gegangen, es sei denn, es tritt relativ zeitnah eine Rezession ein. Auf der anderen Seite sehen wir die letzten Zinssenkungszyklen, der Pivot der FED, der war dann in der Regel nicht bullisch, aber das ist wahrscheinlich das Entscheidende, kommt die Rezession bald oder kommt sie nicht? Wenn sie bald kommt, sind Zinssenkungen oder der Pivot der FED, der Stopp der Zinsanhebungen, alles andere als bullisch, wenn sie nicht kommt, dann wäre das eine Chance für die Aktienmärkte. Jetzt ist die FED natürlich gefragt, was tun. Mester hat sich heute wieder geäußert, zwar nicht stimmberechtigt, aber dennoch irgendwie doch ziemlich einflussreich, weil sie so ein bisschen im Meinungsspektrum doch Richtung Mitte tendiert und die hat gesagt, ja, ein bisschen früh, früh zu sagen, kann man doch nicht sagen, ob wir im Mai nochmal die Zinsen anheben. Gestern hatte sie noch gesagt, ja, wir müssen die Zinsen noch weiter anheben und dann ein Satz, hoping we don't tighten until something breaks. Ich hoffe, wir straffen also die Geldpolitik nicht, bis dann etwas bricht. Nun könnten böse Zungen sagen, naja, es ist was gebrochen und zwar die Achillesferse letztendlich der Finanzmärkte, die Banken. Und genau das ist das Thema. Die Bankenkrise ist nicht vorbei, sondern verschärft sich weiter. Heute im Fokus Western Alliance, Bancorp, eine Bank, die zwar Zahlen vorgelegt hat, aber sich dabei geweigert hat zu sagen, wie es ausschaut mit den Kundeneinlagen. Und das war ja das große Problem, vor allem der Regionalbanken, dass Gelder abgeflossen sind, weil die Kunden sich gesagt haben, in Geldmarktfonds kriege ich viel bessere Renditen, da switche ich mein Geld dorthin. Daraufhin mussten Banken entweder Assets aus ihrem Portfolio verkaufen, meist Anleihen, die tief unter Wasser waren vor der Fälligkeit. Aufgrund der Zinsanstiege durch die FED sind die Renditen ja gestiegen und die Anleihekurse gefallen. Oder sie sind eben dann zur FHLB gegangen oder zur FED gegangen als Notausgang sozusagen, um sich frische Dollars noch zu sichern, die allerdings teuer verzinst sind, durchschnittlich mit 4,5%. Wir sehen Western Alliance, Bancorp heute inzwischen jetzt bei 16% Minus und auch wieder fast 3% im Minus Charles Schwab. Das ist ein richtiger Dickfisch mit 34 Millionen Kunden oder Kundencontent. Das wäre dann etwas, was das System wohl nicht mehr so richtig vertragen kann. Jedenfalls sehen wir, dass der regionale Bankenindex ein neues Tief macht, im tiefsten Stand seit einem Jahr. Hier sehen wir ja dieser Absturz, dann diese Erholung. Und interessant ist, schauen wir uns mal an, welche Banken am meisten geschortet sind von Spekulanten. Dann sehen wir hier eine Toronto Dominion Bank, also eine kanadische Bank. Warum? Weil diese Bank offenkundig im Immobiliensektor sehr stark engagiert ist. Und in Kanada sind ja die Hauspreise ohne Ende gestiegen, haben sich vermehrfacht in wenigen Jahren, Vermögenspreisblase. Und jetzt, da hängt diese Bank da drin und wenn jetzt die Hauspreise fallen, dann fällt das Collateral, also die Sicherheitshinterlegung für die Kredite. Und dann muss die Bank eigentlich hergehen und zu den Hauskäufern sagen, du musst jetzt aber nachschießen, sonst müssen wir dir den Kredit kündigen. Man fürchtet also Domino-Effekte, deswegen gehen da Spekulanten drauf. BNP Paribas, die französische Großbank. Und dann schon Bank of America und JP Morgan Chase. Die Deutsche Bank ist da erstaunlicherweise nicht der Bonn dabei. Vielleicht denken die meisten, die ist eh schon tot. Die brauchen wir gar nicht mehr schorten. Aber sei es drum. Sehen wir hier, hier sehen wir mal den KRE, das ETF, das diese Regionalbanken abbildet. extrem hohes Put-Volumen, während wir bei Gold etwa ein extrem hohes Call-Volumen sehen. Der Weg des größten Schmerzes wäre also, wenn diese Regionalbanken steigen und Gold fällt. Und meistens gehen perspektivisch die Märkte den Weg des größten Schmerzes. Und so sagt hier James Choi, simple dump Gold and buy banks. Vielleicht hat er damit recht. Natürlich für diejenigen, die Gold als totale Absicherung für ein Systemcrash in Depot halten, nicht interessant, aber für jemanden, der aktiv an den Märkten ist, könnte das durchaus eine gewissermaßen sehr riskante Idee sein. Riskant auch das Geschäft natürlich von russischen Banken. VTB, zweitgrößte Bank Russlands, hat heute einen Verlust von 7,7 Milliarden Dollar für das Jahr 2022 gemeldet. Das ist schon ein Schnaps. Die Sanktionen tun weh. Abgeschnitten vom SWIFT-System lebt es sich nicht so einfach. Und heute hat mich dann eine E-Mail erreicht mit der Frage, oder mit zwei Fragen genauer gesagt, damit Banken nicht crashen, müssen die Anleihekurse steigen. Richtig, wenn die Anleihekurse steigen, dann minimieren sich die Verluste, die die Banken mit diesen Anleihen haben. Diese Verluste sind so lange irrelevant, wenn eben diese Anleihen bis zum Ende der Laufzeit gehalten werden können. Was muss also passieren, damit die Renditen fallen? Nun, das ist das, was gerade passiert, wenn die Rezession kommt oder die FED eben diesen totalen Pivot macht. Zweitens, sie sagen, die FED macht kein echtes QI, wenn die FED aber Anleihen mit Nominalwert als Sicherheit übernimmt. Die FED hat ja beschlossen, im Rahmen der Panik um die Silicon Valley und Signature Bank zu sagen, wir akzeptieren diese Staatsanleihen eben zum Nennwert und nicht zum aktuellen Wert. Das ist sozusagen wie jemand, der zum Pfandhaus geht und vor drei Monaten eine teure Uhr gekauft hat und dann sagt der Besitzer des Pfandhauses, okay, also ich nehme die Uhr praktisch für den Preis, den du bezahlt hast, obwohl die Uhr ja aufgrund des Gebrauchs wahrscheinlich jetzt schon weniger wert ist. Aber Fakt ist, es ist kein neues QI, denn QI heißt Quantitative Easing. Easing, da steckt die Erleichterung der Finanzkonditionen drin und quantitativ steckt praktisch durch den Kauf von Anleihen die Erhöhung der Geldmenge und der Liquidität drin. Beides ist hier nicht der Fall. Vielmehr gehen die Banken, die so in Stress sind, ja zur FED und nutzen dieses Discount Window Lending System. Das ist allerdings teuer, man zahlt eben da eine saftige Zinsbelastung. Und letztendlich ersetzt eben das, was man sich jetzt bei der FED holt, das, was die Kunden abgezogen haben. Also es ist nicht irgendwie eine zusätzliche Liquidität, die vorher nicht da gewesen wäre, die ins System reingepumpt wird, sondern es ist eben so, dass kurzfristig eben jetzt die FED hergegangen ist und gesagt hat, okay, wir akzeptieren, man ist großzügiger in Sachen Sicherheiten für die Kredite und die Kunden haben das Geld in Geldmarktfonds geparkt. Okay, dadurch ist kurzfristig mehr Geld im Umlauf, aber dadurch, dass die Banken diese Probleme mit der Liquidität haben, werden sie weniger Kredite vergeben, sodass hintenrum der Effekt viel größer ist der Liquiditätsreduzierung als kurzfristig. Der Effekt einer mir auch immer gearteten Liquiditätszufuhr durch die FED. Wir switchen jetzt mal um auf die Aktienmärkte, wo wir sehen, dass etwa der Nasdaq 151 mehr Tiefs als Hochs gemacht hat. Also die Aktien in diesem Nasdaq Composite eigentlich jetzt nicht so fürchterlich Bullish. Spricht also nicht dafür, dass die Marktbreite besonders gut ist. Und es waren ja wenige Aktien, die kaschiert haben, dass die meisten Aktien doch sehr schwach sind. Unter anderem Nvidia, die ist heute unter Druck, weil auch die Japaner zugestimmt haben, neben den Amerikanern und den Holländern keine hochwertigen Chips mehr nach China zu liefern. Das ist für Nvidia ein Rückschlag. Und dann noch Google, die gesagt haben, also unser Supercomputer ist schneller und grüner als der A100-Chip von Nvidia. Natürlich, das ist ein Rückschlag-Argument, unser Chip ist grüner. Jetzt musst du erst einmal kommen und da ein Argument haben. Aber sie sagen vor allem, er ist schneller. Und Nvidia war ja sozusagen everybody's darling, künstliche Intelligenz. Und dann verdoppelt sich die Aktie mal. Man musste ja nur dieses Wort an den Mund nehmen. Aber vielleicht ist es dann bei Nvidia doch nicht so weit her. Wir werden es sehen. Jedenfalls sehen wir nur, dass nur 25% der Aktien aus dem S&P 500 sich besser entwickelt haben als der Index selbst. Es waren also diese wenigen großen Dickfische aus dem Nasdaq, die dann den Gesamtmarkt nach oben gezogen haben. Und der Nasdaq hat vor allem den Dow Jones deutlich outperformed, nämlich mit einer Differenz von 16,4%. Jedes Mal, wenn das passiert ist in der Vergangenheit, dann seit 1971, dann haben die Aktien in den nächsten Monaten nicht gerade gut abgeschnitten. Also eine so krasse Differenz zwischen zwei Indizes. Und hier noch ein paar Argumente. Ich bringe dann gleich was Bullishes, meine Damen und Herren. Nicht, dass Sie hier denken, ich wäre ein Bär. Nein, nein, das ist nicht der Fall auf jeden Fall. Hier drei Gründe von einem Twitter-Account, warum wir die Tiefs noch nicht gesehen haben, den Boden noch nicht gesehen haben. Erstens ist es normalerweise so, dass die Forward Earnings, die erwarteten Gewinne, sich stabilisieren. Und dann nach drei bis sechs Monaten nach oben gehen. Das ist derzeit nicht der Fall. Bisher gehen die Earnings-Erwartungen nicht nach oben. Im Gegenteil, die Analysten müssen letztendlich ihre Erwartungen reduzieren. Dann hat der S&P 500 noch nie während eines Anhebungszykluses der FED einen Boden ausgebildet. Und wir hatten ja diesen Boden im Oktober, als der S&P 500 bei 3.500 Punkten war, um und bei. Seitdem hat die FED die Zinsen nochmal um 1,75% angehoben. Und noch nie war die Zinskurve zwischen der 2- und der 10-Jährigen invertiert. Sechs Monate, immer noch sechs Monate nach einem Boden der Aktienmärkte. Also das sind aus meiner Sicht gewichtige Argumente. Warum sind die Zinskurven so invertiert? Weil sie davon ausgehen, dass wirtschaftlich Arges kommt, ein starker Abschwung kommt. Aber jetzt das versprochene Bullen-Argument, meine Damen und Herren. Wenn der S&P 500 mehr als 7% gestiegen ist im ersten Quartal, dann war der Rest des Jahres extrem positiv. 17 Mal in den letzten 73 Jahren mit einem Durchschnitt von plus 23,1%. Also meine Damen und Herren, kaufen, 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 alles Bullish. The sky is not the limit. Aktien können nur steigen, nur manchmal fallen sie. Heute ist es halt eben, manchmal kann man drüber hinwegsehen. Aber wir sehen schon Krisenzeichen. Wir haben jetzt etwa in den USA die höchste Anzahl von größeren Insolvenzen seit dem Jahr 2011. Nämlich 111 Stück. Und vor allem aus dem Bereich Consumer Discretionary. Also das sind Dinge, die man nicht täglich braucht. Zum Beispiel ein Auto oder so. Das ist eine Waschmaschine. Nein, das kaufst du ja nicht täglich. Wie zum Beispiel, was weiß ich, Nahrung oder irgendwie solche Geschichten. Jedenfalls sehen wir da deutlich überrepräsentiert dieser Sektor. Das heißt, dass die Leute sich auf das Nötigste beginnen zu beschränken. Offenkundig und dadurch das Geschäftsmodell von Firmen, die etwas anbieten, was man haben kann. Und sich leisten und gönnen kann, aber nicht haben muss, offenkundig in Schwierigkeiten gerät. Und dass die Firmen in Schwierigkeiten kommen, das wird erst kommen, weil die Kreditvergabe durch die Bankenkrise sich deutlich eben verschärfen wird. Wir haben bisher nur Daten aus dem Februar, also vor der Bankenkrise. Hier sehen wir aber den Chicago Fed National Financial Conditions Index, der deutlich hier sich in Richtung Verschärfung entwickelt hat. Also rigider, rigiderer Finanzkonditionen sich entwickelt hat, aber der S&P 500 ist dennoch gestiegen. Sehr untypisch, normalerweise läuft das entgegengesetzt. Aber diesmal, meine Damen und Herren, ist alles anders. Und jetzt beginnt das Rattenrennen, ich hatte das im Titel, und dieses Rattenrennen beginnt jetzt auf mehrfache Weise. Erstens in Sachen Zinsen zwischen den Banken und dann auch mit den Notenbanken dazu gleich mehr. Hier sehen wir, dass ja First Republic, hatte ich gestern schon gesagt, jetzt mal 4,5% für sogenannte 60-Tage-CDs, also Certificates of Deposits, praktisch das Termingeld auf 60 Tage, anbietet. Damit will man das Geld den anderen Banken abluchsen. Das Rattenrennen beginnt jetzt aber auch in Europa, etwa die ING, die jetzt sagt, ja, wir bieten euch 3% Zinsen, aber nur, wenn ihr das Geld von einer anderen Bank abzieht und wenn ihr das in den nächsten 20 Tagen macht. Also, das ist das, was ich immer wieder gesagt habe, in Europa hat das noch nicht begonnen, aber das wird auch hier kommen. Hier hat mich jemand angeschrieben, hat gesagt, ich bin heute von der ING darüber informiert worden, dass sofort eben diese 3% Bonus Zinsen gelten. Aber nur, wenn das Geld von einer anderen Bank kommt, wenn das mal kein Versuch ist, die Konkurrenz zu liquidieren, ja, ihr das Leben schwer zu machen. Und das wird für die Banken dann hierzulande auch ein Problem. Das war gleichzeitig die erste Artikelempfehlung. Jetzt kommt die zweite, nämlich vor allem Vertreter der Südländer sagen, oh, wir könnten doch bald mal aufhören, die Zinsen anzuheben. Und wir sehen heute den Euro-Dollar, der nicht mehr so stark ist, trotz dieser schwachen Zahlen aus den USA, weil die Märkte jetzt langsam kapieren, wenn die Fed umsteuert, dann kannst du gar nicht genau, gar nicht schnell genug gucken, bis dann die EZB das Gleiche macht. Außerdem, wenn wir jetzt wirklich eine Rezession bekommen, dann wird es eine Flucht in den Dollar geben. Das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung ist nochmal diese Western-Alliance-Krise, die ich da beschrieben habe. Da habe ich nochmal erklärt, so ein bisschen, warum diese Banken in Schwierigkeiten sind. Also drei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt und sage Servus und Ciao. Also drei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt.